Untertitelung des ZDF für funk, 2017 England lockert los, in England gelten ab heute viele Corona-Maßnahmen nicht mehr. Doch nicht alle finden das gut. Und? Maral aufs Brett. Reporterin Maral will von Profi-Surfer Leon Glatzer das Surfen lernen. Mal sehen, ob das klappt. Hallo bei Logo. Seit fast einer Woche berichten wir jetzt über die Hochwasserkatastrophe hier bei uns in Deutschland. Doch in vielen der betroffenen Orte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zeigt sich erst jetzt, wie heftig die Zerstörung eigentlich ist.